Herzlich Willkommen zu euch, meine lieben Vorhandeln bei Let's Play Batman Arkham Massage. Ja, bevor wir anfangen, möchte ich verkünden, dass ich seit gestern, ich glaube seit heute früh, ich habe nicht genau geschaut, einen zehnten Abonnenten habe an einem gewissen Usernamen Straga, Jadzic. Ich hoffe, ich spreche es wirklich aus. Vielen Dank fürs Abonnieren, finde ich super. Freut mich sehr, natürlich auch für das Vertrauen, dass mir entgegengemacht wird. Ich habe es auch vorher schon bei Jurassic Park The Game gesagt, bei dem Part habe ich auch schon hochgeladen. Und ja, vielen Dank dafür. Ich werde heute das erste Special machen, das Szene Abonnenten Special. Was werdet ihr noch sehen? Das verrate ich noch nicht. Das wollte ich jetzt gleich sagen, sonst vergesse ich es. Okay, zum Spiel. Das letzte Mal. Also gestern haben wir erstmal gegen einen großen Kerl gekämpft, der in die Knie ging. Und danach haben wir eine Alkoholspur von Frank Bowles verfolgt, der Aufseher aus Arkham, nur weil es sich herausgestellt hat, dass er ein Verräter ist, eigentlich mit Joker zusammengearbeitet hat und uns in den Commissioner Gordon Liga geschlagen hat. Jetzt müssen wir Commissioner Gordon retten und deswegen folgen wir jetzt weiter der Alkoholspur, wie wir es letztes Mal, wie wir es letzte Mal, wo wir die Fährte quasi aufgenommen haben. Das sind so eine Alkoholspuren. Alkohol 42 Rade zum Bruch. Und das ist die 99,94 Euro. Und das sind so eine Alkoholspur von Frank Bowles. Und das ist die 99,94 Euro. Und das ist die 99,94 Euro. Wie ist Joker-Frei? Was ist los? Oh, 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 Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh. Oh, oh. Da fällt der Aufzug runter, gar nicht gut. Das war mal ein Aufzug. Da geht ja schon super los. Verdammt nochmal, was ist passiert? Verdammt nochmal, was ist passiert? Oh, oh! Darf ich nicht gucken, was ist passiert? Das geht ja schon mal super los, Freunde. Das werden wir mal sehen, ob ich hier unten fangen bin. Er ist ja schon super anfangend. Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich Ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Warte an. Henry Smith zu stampanisch. Bevor ich jetzt da hochlaufe, schaue ich mich hier unten auf. Oh. Natürlich jetzt kein Detektivmodus, wegen der Akkurspur. Die Detektiv ist verschlossen. Nur, dass wir hier nichts übersehen. Die Tür ist offen. Gut. Dann gehen wir auf die Tür an. Ah, ich bitte eine Falle ehrlich gesagt. Nein, die ist wirklich offen. Wie dumme sind die denn? Ich habe mich die Tür offen gelassen. Haha, ist ja geil. Ich dachte, das wäre jetzt eine Falle, aber falsch gedacht. Ja. Ah, hier ist das erste Patientengesprächsplan. Ja, man findet nicht nur Riddler Trophäen, nicht nur die Fragezeichen, sondern auch Tonbänder. Und hier ist eins von denen. Nehmen wir natürlich mit. Von. Aliquid. Ich bin überrascht, dass du in Arten arbeiten willst. Ich habe extreme Persönlichkeiten schon immer in dem Sack. Man kann nicht abstreiten, dass sie den Supermächter eingelogter Faktor besitzen. Ich warne dich. Das sind hartkommische Schuss. Ich bin sicher, ich komm klar, Doktor. Die Verspeise dich zu frischen. Wirklich. Dann kann man gerne im Geprägnis aufmachen. Selber auswichtig. Ja, Aliquid war ja ursprünglich eine Psychiaterin, hatte das Pech aus der ersten Patienten den Joker zu kriegen. Und ja, der Joker ist zu verführt. Ähm, und seitdem ist die Geisteskrank. Was ist das denn weg hier? Ah, in der Steuerung. So, die Steuerung können wir später hacken. Ja, ist echt cool. Wir müssen unsere eigenen Steuerung hacken. Aber sonst war jetzt hier nichts bis auf das Gesprächsband. Okay, dann geht er wieder runter. Deswegen haben sie die Tür aufgelassen. Ja, zu. Ich vermute mal die Alkoholstufe von oben. Wir haben fünf Gegner geortet. Da über uns. Okay. Dann schießen wir uns mal hoch. Da wir ja den Aufzug über uns explodieren und uns durchlassen. Dann schießen wir uns hoch. Aber weiter. Ah. Aber wenn sie denkt, dass sie uns so stoppen kann, hat sie sich geirrt. Die Musik finde ich gerade richtig klasse. Auf nach oben. Na komm. Was denn? Harry und Frank sind mit dem Halbmann und was aus dem Gebäude aus? Wie wollt ihr alle die Wachen kommen? Wie? 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 Ja, Frank Gilders Wache. So kommt der vorbei. Hey Frank! Wo hast du? Es kommen noch mehrere Joggers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anstrahlseingang. Es verhindert sich mein Kopf schnell. Was? Frank, was machst du da? Nein. Leg das hin! Frank, was zum Teufel? QUICK! QUICK! Du bist mehr einer, Frankie… …ein Mädchen könnte dich in ein wenig lieben. Keine Angst, süßer… …du weißt nicht auf nur Augen und Gesicht! Ehehinterfall Rater Ehehinterfall Rater Ehehinterfall Rater Ehehinterfall Rater Er hat seine Männer abgeschossen damit die Zahl der Kühne hochkommt und da oben sind die 5 Vermutung all das ich da etwas verleihen muss und wir können natürlich auch schnell weg gehen Warnung! Alle Patienten sollen sich ruhig verhalten und die Hände über dem Kopf verschränken Bei nie beachtung erreichen wir Maßnahmen die zu Verletzungen oder Tod führen können Da ist er sehr beruhigt Da ist ein Mülllertrophäe aber da kommen wir noch nicht hin Später haben wir ein Greifhaken mit dem wir solche Sachen wegreisen können Aber jetzt kommen wir da noch nicht hin Ja schön Dann geht es jetzt hier rüber Das sind die da Die sind genau über uns Warnung! Die Intensinbehandlung von AKM ist auf Haut Alfa Rot Ja der Hebel ist das komplette Sicherheitssystem aus Das ist gerade Für ihn ist das natürlich hervorragend vor uns ist das richtig jetzt Das was ihr hier seht Die Anstaltsleiter Scharf bitte zur Sicherheitseinheit kommen Ich wiederhole Wird der Anstaltsleiter Scharf bitte zur Sicherheitseinheit kommen Wieso soll der Anstaltsleiter Scharf bitte zur Sicherheitseinheit kommen Das was ihr da hinten seht Das da wird später noch wichtig Das was ihr hier seht ist eine Mauer Das sieht man für mal ausmachen und hier ist später auch noch was, also das kann man später sprengen aber noch habe ich das ganze Zeug nicht, das geht mir nur weiter, das wollte ich euch mal schnell zeigen ja ich glaube das wäre, obwohl Batman kann durch Stützen nicht sterben ist richtig gut, wenn er nämlich zu tief fällt, dann glattet er einfach das war doch Joker, da wird uns keiner helfen wie schaut es denn aus, Freunde, wo sind denn die von? ah, sie sind gar nicht mehr so weit entfernt wir sind gewissermaßen gleich da Kategorie 1 Patienten sollten da bleiben, wo sie sind, versuchen sie nicht zu ja klar, dass da auf guten Heftling jetzt auch hören wird da sind die 5, die sind gleich da jetzt sollten wir uns vorsichtig nähern weil 5 auf einmal sind schon nicht ganz wenige und jetzt geht hier nochmal nochmal oh, ja ich und meine Intelligenz mein Neuer und jetzt sind wir gleich diese Steine hier bringen man kann sie nämlich scannen und die erzählen also man muss die alle sammeln das sind nämlich verschiedene und die erzählen eine Geschichte Achtung Chronik von Arkham gefunden man sieht schon, es ist eine Menge Chronik ich bin der Geist von Amadeus Arkham durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet aber mein Fluch ist es für immer verborgen zu bleiben meine Geschichte ist in die Seele Atems geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind sie zu entdecken wie wir sehen schon, das sind eine ganze Menge das sind 4x6 Stück also 24 Nachrichten Merkwürdige Schriften und Symbolen die auf Arkham Eile gefunden und von Welten interpretiert wurden sie müssen aus einem bestimmten Nutzung das Wort sein welche Geschichte erzählt sind aber Deus Arkham war damals der Typ, der ja die Amtsstadt gegründet hat man weiß über den Geist außer dass wir in Arkham Eile als erst mal am Volk kam also in diesem Spiel und eben auf Arkham Eile ist kein wirkliche Name kein Beruf keine Augenhahn keine Haare kein Wurst, kein Gewicht und auch keine Eigenschaft also quasi gar nichts wie für eine Geist halt üblich ich weiß nicht sowas haben nicht gerade alles gegeben Junker hat doch recht, das ist eins nachdem haben wir es gezeigt du hast keine Schau da sind sie dieser Wächter hat ihm das Leben immer schwer gemacht nicht mehr hahaha ja, geschieb ihm rechts aufschluss die Seele Maus nein ich wollte eigentlich nicht, dass sie mich checken naja halt ich werde dich abschlafen fuck er hat nicht gecontert er hat nicht gecontert klappe so Batman, wie läuft's? hast du eine Spur von Dad? noch nicht, aber ich nähere mich der Sache Arley Quinn wollte mich aufhalten sie hat versucht mich unter einem Fahrstuhl zu begraben hat's geklappt? nein ich melde mich wieder wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe ähm, wenn's geklappt hätte dann würde er jetzt nur kaum noch vor dem Kontakt stehen Schauplatz haben wir hier ey, Schauplatz haben okay vielleicht haben wir jetzt sogar ein neues Upgrade Life hier kommen wir noch nicht durch ich bin schon bewusstlos ja Batman tötet niemanden hab ich ja gestern glaub ich schon mal erwähnt oder was ich vergessen auf jeden Fall er tötet mich er schlägt hier alle bewusstlos ich vermute mal wir müssen jetzt durch dieses Gitter führen also dafür dass das Sicherheitsgitter sein zwar im Video ist noch nicht gleich kaputt wenn ich mich folge ich hab eine Frau ein bisschen zu trinken da steht doch jemand ich seh ihn doch da ist etwas Gutes gekommen die haben Schusswaffen die haben Schusswaffen und die haben grad zwei wache Bärchen erschossen hier bewaffnete ja, Schusswaffen gelten als bewaffnet und Batman steckt nicht viele Schüsse ein also müssen wir jetzt sehr sehr vorsichtig sein ich hab's verstorben wir haben jetzt da einfach langlaufen ohne der Flüchtling zu töten Oracle Joker's Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen das ist nicht gut ich hab mich in das Funkgerät eines Wörters eingeklinkt hört sich an als hätten Joker's Männer jetzt Waffen ich weiß ich stelle den Maskensichtmodus so ein dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt der Direktivmodus wird beöffnet zählen wo markiert vorher bleiben der direkte Weg ist selbst und schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden vorher waren sie ja sag mal ja wenn wir jetzt direkt da lang gegangen wären hätten wir uns sofort erschossen die Federmaus wird nicht hier lang ja komm das werden wir ja sehen das werden wir ja sehen ob ich dann so gut wie tot bin wir können sie natürlich auch lautlos ausschalten sie schauen ja nicht in unsere Richtung wenn wir jetzt da ausgeschaltet hätten wir uns natürlich gehört und hätten angefangen zu schießen das wollen wir ja nicht ok bleiben uns zwei und der letzte ausschließlich so netter Versuch Freunde netter Versuch Freunde aber das haut bei Werbem endlich hin der letzte ist jetzt hier oben aber der war so weit weg der konnte das gar nicht mitkriegen die könnten wir natürlich hoch aber das bringt uns nichts und dann mal am Upgrade und zwar hätte ich jetzt gerne ein Rüstungs Upgrade das Panzer Upgrade wäre so immer alles und zweifelflückbar die leichte Nanopoly mehr versteckte des Wertziels zu auch für ein stabilere Ausbau und wir sehen wir haben jetzt eine Lebensleiste mehr wenn ich sehen würde wo der steht so erkenne ich ihn nicht ich erkenne ihn nur im Intellektivmodus ah der steht da hinter der Wand also wenn man da jetzt die Treppe hochgeht dann kommt man hinter ihm ich verstehe weiß ich was ich zu tun habe kein Problem Boss die Jungs sind gerade fertig die arke Idioten hatten nie eine Chance gut unser freundlicher Schindling ist auf dem Weg du musst deine Falle aufstellen er darf das Gebäude nicht verlassen verstehst du mich? ja Boss die Bledermaus ist zu gut wie tot ich hoffe du hältst deine Versprechen Junge ich würde sie offen gern deine Familie bestrafen nur um dir eine Lektion zu erteilen ich kann dir versprechen sie werden nicht sehr erfreut aber Joker na 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 lass einfach und hab Spaß dabei ich hab ihn jedenfalls man sieht schon Joker ist richtig gute Laune Joker ist richtig gute Laune man sieht schon und ich weiß er hat mich gerade wiederholt ich wollte es nur kurz mithören so tschüss das war der letzte was ist mit der Fall sieh nur wer das ist na brennen deine spitzen Ohren jetzt hallo Joker aber ich glaube ich sollte lieber meine Jungs warnen dass du unterwegs bist oder vielleicht noch nicht ist doch eine nette Überraschung hehehehe wie merkwürdig muss man sein um seine eigenen Jungs zu warnen war das nicht so hey da unten kam ich ja nicht weiter das heißt ich geh jetzt hier bis zum nächsten spielstab bei Speyerbump weiter wir haben noch ein paar hey hey Kinder hier ist euer freundlicher Onkel Jay irgendein Idiot der sich als Fledermaus verkleidend hatten rennt durch die Anstalt ich weiß verrückt stoppt ihn bevor ihr jemanden verletzt es ist nur zu seinem Besten er hat sie doch gewarnt als ob man einem Baby die Süßigkeiten klaut das werden wir ja sehen freuen ich soll es lieber mal schauen was hinter dir ist einer ist da oben der andere ist da unten ja und der hier der kleine Freund der fühlt sich ganz nervös er hat keine Chance keine Chance ach verrückklich die Lobby denn nimmt sich beantworten ich hab also keine Chance das wollen wir ja mal sehen ok jetzt verschwinden wir erstmal wir werden uns natürlich nicht sehen wo sind denn die anderen beiden einer ist da der andere ist da hinten einfach hoch jetzt die kommen nämlich und sehen nach ob ihre Befolgs wegen ihren Kameraden und der läuft jetzt zu seinem Kameraden da vorne und wird dann sehen dass er liegt wenn wir ihn hinlassen würden jetzt zeige ich ihm mal das umgekehrte Ausschalten NEIN wir waren zu spät oh Gott ich hab ihn verloren tja und du bist alleine mein Freund hier bin ich immer da wo du dicht bist denn ich bin Batman ha oh du bist doch ein Honk Batman du bist doch ein Honk jetzt habe ich ihn zwar weggetreten aber ich konnte ihn nicht ausschalten weil Batman nicht regiert hat ok probieren wir gleich nochmal hey ich kann das den ganzen Tag machen wieso kommst du nicht ich bin doch da mein jünger Freund mein jünger Freund wenn du es den ganzen Tag machen kannst dann mach es doch hoppa so und wenn das erledigt wäre fuck das wäre ja zu einfach gewesen wenn es nur die drei gewesen wären Joker will dass er gefunden wird schwärmt aus aber zumindest haben wir eigentlich jetzt noch Zeit Gelegenheit durch die umgekehrte umgekehrte er könnte überall sein zu zeigen ja ganz recht ich könnte überall sein dann haltet die Augen offen und jetzt los hehehe als ob mich irgendeiner finden würde hehehe ich lass mich mal nicht von leiden das ist nur ein verrückter wie wir ich meine habt ihr gesehen was er hat hey das Batman Outfit ist äußerst bequem hier ist noch einer von diesen Wasserspeiern wir sind nämlich sehr sehr gut zum Spähen wir sind sehr gut weil da einen freundlichen Herrn nicht zu sehen hier ist einer hier ist einer er hat seinen Kumpel gefunden er hat seinen Kumpel gefunden hat er gerade gelacht zack auf und hier gelacht wow hat er gerade gelacht zack auf und hier gelacht Wollen wir jetzt irgendwie mal ein sein? Lustig ist, dass die wirklich Angst spüren. Irgendwann werden die mich panisch und schießen einfach auf alles. Hallo, mein Freund. Hier bin ich. Du hast mir doch gesucht, oder? Jetzt kommen die anderen beiden und schauen nach. Werden sehen, dass der K.O. ist. Da waren es nur noch zwei Joker-Gefolgsleute. Jetzt kommt er nicht rüber. Der andere kommt von unten. Der wird nicht mehr wach. Hier seht ihr den Puls, Freunde. Umgekehrtes Ausschalten. Fuck. Fuck, er hat mich gesehen. Das war das Umgekehrte Ausschalten. Jetzt muss ich verschwinden. Und zwar ganz schnell, wenn mich der andere gesehen hat. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt... ...hat er mich nicht mehr gesehen, okay. Ich... Ich bin sogar so nett und schneide ihn noch los. So, mein Freund, das ist der Letzte. Das war der letzte. Aber man sieht, diese Gewehrschüsse, die tun ganz schön weh. Und hier ist ein weiteres Tonpant. Wieso schickt er jetzt noch welche rein? Also, ich bin dein erster Oberschützer. Du weißt ja, was man sagt. Das erste Mal vergisst man nie. Wir versuchen es einem unvergesslichen Erlebnis für dich zu machen. Oh, das haben Sie schon. Seien Sie nicht so tot, Sie müssen sagen. Was glaubst du denn, wie soll ich das machen? Für mich gut, den schlechten Ohren. Den Wunsch, sich von der Masse abzunehmen. Sie haben einen kranken Zittenhumor. Oh, du bist gut. Wie hast du mich durchschuldet? Ich hatte Angst, dass wir die Jahre lang untersucht haben. Aber niemand von ihnen war so schlau und ehrlich gesagt. So schlimm. Wie gut? Das sagen Sie doch nur zu mir. Na ja, wenn. Wie soll ich sagen? Wenn was? Sagen Sie es mir. Man sieht schon, Harley Quinn, die sind von Anfang an verfallen gewesen. Von Anfang an. So. Nachdem wir jetzt diese kleinen Kinder ausgeschaltet haben, nach dem Kinderstudio jetzt vorbei ist, können wir uns wieder auf die Suche nach Frank. Nachdem wir jetzt bei uns hier rausgehen, dann kommt die ganze Zeit, aber wir wollen uns hier noch mal auf die Suche nachmachen und dann gehen wir jetzt nicht. So. 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 Ja, da stand doch jemand hier in der Seine. Wer ist denn das? Ja, da ist jemand auf dem Stuhl geschnallt. Nennen wir es mal Stuhl. Hier war aber noch mindestens ein Joker-Zahn, bevor ich ihn übersehe. Gucken wir nochmal nach. Der ist dann verschwert. Sieht aber nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre. Na schön, dann schauen wir mal, wer das ist. Da ist nämlich jemand. Ah, da ist ein Joker-Zahn. Da ist nämlich jemand auf dem Stuhl geschnallt und hier liegen mit jedem in der Drohne. Ist das richtig? Ja. So, kurz hier zerstört. Oh nein, das ist Frank, oder? Frank Bowles. Danke. Nicht der Alkohol. Nicht der Alkohol. Ja, das ist Frank. Joker hat ihn getötet mit dem Gift. Dead End. Ziele erreicht. Ja. So ein Whisky-Spur endet hier, weil das Officer Bowles ist. Na super, wie komme ich jetzt zu Gordon? Wie kommen wir jetzt zu Gordon? Frank Bowles, einer von Joker's Beatszeit in dem Arkham. Ist alles verstorben. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Das ist der Riddler. Ja, ich bin es. Edward Nygma. Der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überleben. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Hahaha. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du musst ziehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Portrait. Das ist das erste Rätsel. Ich habe ja schon gesagt, diese Rätsel kommen öfters. Und in dem Fall, hier im scharf aufgenommen Portrait ist dieses Portrait hier gemeint, weil der Typ ja Quincy Sharp heißt. Und Sharp heißt auf Englisch Sharp. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Und jetzt kommen Britless Herausforderungen. Es sind 240. Und ja, ihr seht... Ich, Edward Nygma, habe rund um Arkham eine umwerfende Auswahl an Herausforderungen und Rätseln versteckt. Kannst du sie alle lösen? Wirst du alle meine Trophäen finden? Bist du bereit aufzugeben? Dein linkkrieger Verstand ist für mich keine Konkurrenz. Ja, ihr seht, wir haben schon einige erledigt. Da war eben auch das mit Jokers 10 zum Beispiel. Das sind auch Rätsel. Und die Chroniken. Und natürlich auch die Tornbänder, beziehungsweise darauf hin. Und das hier, das ist eine, ähm, eine Karte, wo man die meisten Sachen dann sieht. Und wenn etwas so blinkt, dann heißt es, in diesem Raum gibt es noch etwas. Das heißt, in diesem Raum gibt es noch ein Rätsel. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber noch einige sind sichtbar. Hey, Batman! Hey, Kumpel. Schön, dass du dich versteckt hast, anstatt deinen Leuten zu helfen. William North. Es war ein Massaker. Bose kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Ja. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bose allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Boaz ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut. Er war Abschaum. Da stimme ich mir sogar zu, dass er abstaunt. Schauen wir. Hier ist eine intensive Verhandlung zur Oberfläche der Insel. Ich würde aber erst schnell das Rätsel gleich lösen, bis wir hier noch haben. Das Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Ich weiß ungefähr, wie das Rätsel geht. Manchmal sind es Gegenstände und manchmal sind es auch andere Sachen. In dem Fall ist es was anderes. Ja. Fährt mein Flug. So, es ist in dem Fall ein Punkt. Also so ein Fragezeichen. Muss man den Punkt finden? Ja. Ach was soll's. Man kann sich die Rätsel für den Schluss aufgeben. Man muss die nicht sofort machen. Ich war noch bis zum nächsten Spielstand. Was für ein Feig. Ihr habt alle sich hier echt drin eingeschlossen, anstatt zu helfen. Also ich muss schon sagen, mega Arbeit. Mega tolle Arbeit. Versorgungskriter. Du weißt nichts mehr auf dem Jack. Stell dich beim Ausfinden auf was ein. Das ist ein neues Rätsel. Allerdings werden wir das erst beim nächsten Mal in Angriff nehmen. Ja, ich weiß, ich habe jetzt zu lang gemacht. Ich habe jetzt sogar viel zu lang gemacht. Aber manchmal geht es eben gar nicht anders, weil manchmal die Speicherpunkte so kacke. Also, deswegen sorry Freunde. Kann aber manchmal auch ein bisschen länger gehen. Aber ich denke mal, das kann es mir geben. Ja, vielen Dank für's Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, heute kommt dann noch ein Abonnenten-Special. Entschuldigung. Ähm, nachdem ich das hochgeladen habe. Ich weiß noch nicht wann genau heute. Aber auf jeden Fall heute. Und ja. Sonst natürlich, vielen Dank für's Zuschauen. So, bis morgen. Euer Christian. Macht's gut, Vater. Wir begr prolonged. J Boss. 1